Luis, warte mal, komm noch mal zurück. Komm noch mal zurück. Nimm mal die Flasche Wasser. Nimm mal die Flasche Wasser. So, dann hast du zwei Flaschen Wasser. Du hast zwei Flaschen Wasser. Viel Spaß in der Schule. Ciao. Hey, gib mal eine ab. Jetzt hast du zwei Flaschen Wasser. Danke. Ciao. Ab ins Bett mit dir. Du kommst aber mit. Nein. Da. Nein. Da. Nein. Da. Ab ins Bett mit dir jetzt. Papa, komm mit. Du bist zu spät. Ab ins Bett. Papa, komm ins Bett. Lass mich los. Papa, du gehst jetzt mitschlafen. Nein. Warum folgst du mich dann? Weil ich den anderen auf den Scheiß. Amos. Du gehst jetzt ins Bett. Ab ins Bett. Die gehen doch schon. Ihr seid immer noch nicht Bett fertig. Ihr seid immer noch nicht Bett fertig. Guck mal, Dobi. Dann gibt es auch keine Kassette heute. Okay. Ich mach mich nicht wirklich. Achtung, leckter Körper ab 18. Oh nee, warte mal. Dann muss ich mal weggeschalten. Ab ins Bett. Du nicht. Ja, ich darf ins Bett gehen. Nein. Du nicht. Ab jetzt. Warum nicht? Du nicht. Warum nicht? Du erst später. Wir müssen noch jetzt live gehen. In 20 Minuten. Gehen. Ich muss noch was essen. Danach erst. Oh nee. Oh ja. Oh nee. Oh ja. Oh nee. Was ist wichtig? Dein Hunger oder dein Follower? Hunger und Follower. Also esse ich nebenleid. Nein. Schatz. Ja? Was machst du da? Ich bin bei Faulschick. Ja, was mit dem Abwasch und der Wäsche? Alle stehen sie da. Nur Steffi nicht. Die steht da. Steffi, wurdest du gemobbt? Oh. Oh. Also ich bin ja jetzt in dem. Komm du erst mal in mein Alter. Alter. Jungs. Wenn ihr von der Schule heute kommt, ne? Ja. Sind wir nicht da. Okay. Ihr geht dann bitte mit den Hunden Gassi. Ja. Einkaufen. Ja. Wir schreiben euch einen Zettel. Ja. Und ihr kocht für uns. Ja, okay. Wenn wir wiederkommen, haben wir warmes Essen. Ja. Und danach macht ihr die Wohnung noch. Blitz blank. Damit wir morgen nach Berlin fahren können. Nach Berlin? Wir fahren morgen nach Berlin. Ich dachte nach Montag. Nee. Als ich gerne nach Berlin. Okay. Ist das jetzt ernst? Ja, weil wir müssen über Berlin, danach nach München und Sonntag über Österreich zurück. Hier geht's. April, April. Ach komm. April, April. Mausi, guck mal auf der anderen Seite bitte. Der Dani hat heute früh was gesehen. Andere Seite. Dein Auto. Weiter vorne am Rad. Hast du auch gesehen? Am Rad. Am Rad. Hast du die gesehen? Bei dir. Guck mich mal an. Hast du den April kommen sehen? April, April. Und schon wieder ein Video. Hallo Leute. Erst einmal recht herzlichen Dank für alle, die sich bei mir gemeldet haben. Für die, die es noch nicht wissen, ich wurde heute Morgen ausgeraubt. Nachdem meine Hände aufhörten zur Zitter. Konnte ich die Polizei anrufen. Die waren auch Gott sei Dank recht schnell da. Naja. Die haben mich beruhigt. Aber das Geld ist weg halt. Die haben mich natürlich auch gefragt, ob ich wüsste, wer es war, ob ich die Person kenne. Ich sagte ja. Die kenne ich. Habe ihnen das Bild in meinem Portemonnaie gezeigt. Es ist meine Frau. Ey. Echt jetzt? Jeden Tag aufs Neue werde ich ausgeraubt. Ist ja auch gut für ihn. Hä? Na ja. Warum? Ja, da kannst du es nicht ausgeben. Oh ne. Oh ne. Schatz. Ja. Was gilt es bei uns? 5G. Was sind die 5Gs? Gefunden. Gesehen. Geliht. Gefolgt. 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 Und macht das jetzt. Boah. Bevor ihr alles wegkauft. So wie Klopapier und Nudeln. Vergesst nicht, heißes Wasser einzufrieren, falls der Strom abgestellt wird. Rechte. Für weitere Tipps folgt uns. Für weitere Tipps folgt uns. Papa? Ja? Bist du mit Mama zusammen? Ja. Ja, wieso bist du mit ihr zusammen? Siehst du, noch nicht mal der Sohn versteht das. Nein, noch nicht mehr Leid für Mama. Bringt ihr den Einkauf jetzt endlich mal hoch? Das dauert, ey. Also sagt mal. Könnt ihr nicht mal schneller tragen? Das dauert. Mama? Ja? Weißt du, was der Unterschied zwischen Papa und einer Raube ist? Ja, wird schöner. Nee. Aus der Raube wird noch was. Paris Hilton heißt angeblich Paris Hilton, weil sie in Paris im Hilton gezeugt worden ist. Das kann gar nicht sein. Dann würde ich ja Ikea Parkhaus heißen. Boah Leute, ich weiß gar nicht, wie ich euch das sagen soll. Alle elf Minuten verliebt sich ein Single. Einer. Nur einer. Nicht beide ineinander. Liebe Frauen, das hier ist TikTok und nicht Parship. Wissen eigentlich eure Männer, dass ihr Single seid? Ja, hallo, es geht. Was? Partywochenende auf Malle mit den Jungs? Klar, warte mal, ich frage mal. Schatz? Ja? Sie hat ja gesagt, packt die Koffer, los, ab geht's. Papa? Ja? Ich brauche Hilfe bei meinen Physikaufgaben. Oh, was hast du denn da schon wieder? Ich brauche drei Aggregatzustände von Wasser. Das ist doch einfach. Medium, Still und Classic. Ich frage Mama. Ich habe still. Ja, sag ich doch. Medium und Classic ist nie im Angebot gewesen. Siehste? Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Pfeif. Piep, piep, guten Abend, wir haben uns alle lieb. Bitte will mich nicht. Pfeift. Yum, yum. Leute, es sind nur noch bekloppt unterwegs. Schreibt mich so ein Typ im Internet an, dass er mit mir Pimmelvergleich machen will im Wald. Und dann kommt der nicht. Fangen wir jetzt endlich euer Zimmer auf? Ne, das macht ja die liebe pinke Putzfrau für uns. Aua! Nein, du, ich hab dir gesagt, du kriegst keine Playstation 5 und jetzt ist Schluss, sonst gehst du in dein Zimmer. Oh Mann, ich mag dich sowieso nicht. Aaaaaah! Hast du eigentlich eine Macke hier, die Türen zu knallen? Schatz! Ja, was ist denn los? Bring mir mal die Türe aus, ich springe sie wieder hin. Oh ey. Ich werde sie gleich mit rausnehmen. No, no. Sag tschüss, Türe. Tschüss. Leute, ich habe mir Zubehör. Für die Playstation gekauft. Und meine Frau meinte, ich würde damit die Wohnung zumüllen. Machst du. Da habe ich ja nur gesagt, sie macht das ja genauso. Nur bei ihr heißt es Deko. Dein Ernst. Wenn ich mir so die politische Denkweise von dem einen oder anderen anhöre, wundert es mich nicht, dass Noah nur Tiere mitgenommen hat. Boah, Alter, die Bullen. Schönen guten Morgen. Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Hat euch Mama wieder das Gleiche angezogen? Steht euch gut. Kleinen Moment. Bitteschön. Wo kommen Sie her? Von da. Wo möchten Sie hin? Nach da. Drogen oder Waffen? Nein, danke. Ich habe alles.